Warum sind wir manchmal so ungern allein? Weil das Leben mit anderen einfach mehr Spaß macht? Weil wir jemanden um uns haben wollen, wenn es uns nicht gut geht? Und genauso jemanden, wenn es uns richtig gut geht? Oder weil wir einfach spüren, dass man alles irgendwie schaffen kann? Solange man es nicht ganz alleine schaffen muss. Grazer Wechselseitige. Die Versicherung auf Ihrer Seite.